Die Kontrahenten vor in der blauen Ecke mit 63 Kilogramm, 31 Jahre ist sie alt, Helena Torsten Erober. Und in der roten Ecke, die amtierende Miss Schleswig-Holstein, jetzt auf dem Weg ins Ruki-Komstgeschäft. Ihr erster Offiziererkampf mit 26 Jahren und 62 Kilogramm, Alisha Regina Kummer. Und dann sage ich mal, Alisha, viel Spaß beim Kampf und ringfreie für die Runde 1. Ringfreie zur Runde 1. Ach, du Schreck, was ist denn da los? Applaus 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 So, das war's weiter schon wieder. Zigarette durch Abbruch aus der roten Ecke, Alisha Regina Kummer. Applaus Applaus Applaus